Herbert Fritsch ist nicht nur der Regisseur, sondern auch der Bühnenbildner von Todart Tatort. Seit seinem Abschied als Schauspieler an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin arbeitet er überwiegend als Regisseur und erstellt auch das Bühnenbild seiner Inszenierungen. Dabei schafft er klare, farbenfrohe Räume, die weitestgehend auf Requisiten und 1-zu-1-Darstellung des Handlungsortes verzichten. Er schafft durch die Konzentration auf die Schauspieler und Schauspielerinnen ihre Spiellust in den Vordergrund zu stellen. Auch hier erkennt man die Spuren seines eigenen Schauspielerlebens. Herbert Fritsch inszeniert spielerische Welten, die gerne von Schauspielerinnen und Schauspielern verkörpert werden. Häufig realisiert Herbert Fritsch seine Arbeiten mit altbekannten Wegbegleitern. Hinter der Bühne sind Viktoria Bär als Kostümbildnerin und Ingo Günther als Musiker mit dabei, mit denen Fritsch schon eine Vielzahl von Produktionen umgesetzt hat. Auf der Bühne sehen wir viele bekannte Gesichter aus Grimige Märchen, der letzten Produktion von Herbert Fritsch am Schauspielhaus Zürich. Ergänzt wird das Ensemble durch Wolfram Koch, der nicht nur Fritschs Inszenierungen an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin prägte, sondern nun auch einen Schritt aus dem Fernsehen auf die Bühne setzt. Vom Frankfurter Tatort-Kommissar zum Allround-Spieler in Tod a Tatort am Schauspielhaus Zürich. Hier wechselt er die Seiten und spielt statt des Kommissars auch einmal den Mörder. Als Ausgangspunkt für die Inszenierung diente kein besonderer kriminologischer Fall, den es auf der Bühne zu lösen gilt, sondern vielmehr das Kulturphänomen des Krimis. Bekannte Muster von Opfer und Täter denken, Der Wunsch, sich 90 Minuten einmal genüsslich gruseln zu können und am Ende vom Heilsbringer-Kommissar erlöst zu werden, waren wesentliche Motoren. Gesteigert wurde dies von der Neugier, warum gerade im deutschsprachigen Raum der Krimifilmen das Fernsehprogramm so sehr bestimmt und füllt. Was sagt das über unsere Gesellschaft, unsere Nöte, Ängste und Hoffnungen aus? In Tod a Tatort wird das Fernsehrepertoire erweitert. Der unlösbare Fall führt zum Zufall. Der Fernsehsprech zeitgenössischer Serien lässt eine neue Bühnensprache entfalten, während filmische Stilmittel wie Schnitt- oder Collagetechnik spielerisch von den Schauspielern umgesetzt und weiterentwickelt werden. Gesucht wird eine spielerische Essenz und die eigene Interpretation des Krimis. Deutschsprachige Krimiserien im Allgemeinen sowie der Tatort im Besonderen dienen Herbert Fritsch hier zu einer so typischen und markanten formalen Steigerung des Bühnengeschehens. Die Tradition von Sherlock Holmes, Edgar Wallace und Tatort auf den Kopf stellend, schreitet Herbert Fritsch mit seinem ersten Bühnenkrimi folglich selbst zur Tat. Todart Tatort entführt uns in eine Welt voller Spannung, Mord und Totschlag. Ästhetisch bewegen wir uns an der Schnittstelle von 50er-Jahre-Kostümen, einer Stumm-Film-Spielweise aus den frühen Zwanzigern, dem Krimisound der späten 60er und 70er und einer neuen Bühnensprache, die sich am zeitgenössischen Fernsehen orientiert. Expressiv übersteigertes Retro trifft auf modern im postmodernen Raum, einem klaren, kalten, grafisch strukturierten Bühnenraum, der allerhand Assoziationen ermöglichen kann. So wandelt er sich von einer Leichenhalle zur grafischen Erscheinung des Tatort-Vorspannbildes bis hin zu jenem Tunnel, durch den wir im Moment des Todes auf das ewige Licht zulaufen. Was wir sehen werden, ist eine spielerische Auseinandersetzung mit dem Tatort-Phänomen. Eine Interpretation, umgesetzt mit den Spielmitteln Herbert Fritschs. Diese Mittel stellen vor allem seine Schauspieler und Schauspielerinnen mit der für ihn typisch exaltierten Spielweise in den Vordergrund. In diesem Sinne viel Freude beim Gruseln, Entdecken und Lachen.